Das ist Lena. Lena studiert Film im vierten Semester an der Hochschule Makromedia. Lena finanziert ihr Studium wie folgt. Zunächst erhält sie 600 Euro BAföG im Monat. Zusätzlich erhält sie 600 Euro aus einem Studienkredit der KfW. Nebenher jobbt sie als Kellnerin in einem Café und hat so jeden Monat weitere 600 Euro zur Verfügung. In den Semesterferien auch mal mehr. In Summe hat Lena also 1800 Euro pro Monat. Damit kommt sie prima zurecht und kann ihr Studium, ihre WG und Lebenshaltungskosten finanzieren. Und für Partys reicht es auch noch. BAföG ist super, weil man nur die Hälfte der erhaltenen Beträge wieder zurückzahlen muss. Dafür 20 Jahre Zeit hat und keine Zinsen dafür berechnet werden. Außerdem dürfen BAföG-Empfänger noch ein wenig Geld dazu verdienen, ohne dass es Abzüge aufs BAföG gibt. Studenten an privaten Hochschulen dürfen sogar mehr dazu verdienen als Studenten an staatlichen Hochschulen. Für Lena die perfekte Lösung. Sie studiert in kleinen Gruppen, mit hohem Praxisbezug und direkten Kontakten in die Medienbranche. So hat sie später super Chancen im Job und kann die Rückzahlung ihrer Studienfinanzierung im späteren Berufsleben in aller Ruhe und in kleinen Raten angehen. Und wer einmal viel Geld verdient, merkt davon fast gar nichts mehr. Wir beraten Sie gern zu Ihren individuellen Finanzierungsmöglichkeiten eines privaten Hochschulstudiums. Hochschulstudiums Hochschulstudiums